Der VfL Osnabrück und der 1. FC Kaiserslautern trennen sich 2 zu 2, für die Osnabrücker ist das mal wieder richtig, richtig bitter, dass man wieder keine drei Punkte eingefahren hat. Dabei ging es eigentlich richtig gut los, man ist durch Engelhardt in der 17. Minute in Führung gegangen und man hatte das Spiel, ich würde sagen, auch eigentlich im Griff. Man hat ein super Spiel abgeliefert und ist dann durch einen Elfmeter, den es dann zurecht gab, durch Coulson, den man auch bei Bayern unter anderem schon kennt, der ja ausgeliehen ist, zum 2 zu 0. Und da schien es auch, dass das der Pausenstand wird, allerdings waren die Osnabrücker etwas unaufmerksam und haben dann nochmal einen Gegentreffer kassiert. Es war Nihüs, der in der Nachspielzeit der ersten Hälfte zum Anschlusstreffer traf und dann gab es wirklich nochmal eine Druckphase, wo auch hätte das 2 zu 2 zur Pause fallen können. Osnabrück musste sich fangen, Kaiserslautern hat eine super zweite Halbzeit gespielt, eine mega zweite Halbzeit, am Ende waren es 35 Schüsse und dann gab es am Ende eine richtig fette Nachspielzeit. Es hätte eigentlich schon lange 2 zu 2 stehen müssen, beziehungsweise Osnabrück hatte selber die Gelegenheit zum 3 zu 1, aber haben sie nicht genutzt und ihr kennt ja die Sprüche, wer seine Chance nicht nutzt. Aber naja, es gab einen Elfmeter, den diesmal Beuth trat in der ersten Hälfte, habe ich vergessen gerade zu sagen, der wurde verschossen und Beuth jetzt in der Nachspielzeit auch den Elfmeter verschossen. Dann sah es aus, als wenn Osnabrück als Sieger davon geht, letzten Sekunden des Spiels, dann war es am Ende Tomiak 90 plus 8, 2 zu 2, verdientes Unentschieden, aber für Osnabrück wie eine Niederlage. Wir hören uns im nächsten Video und ciao.